Liebe Zuhörer, ich freue mich, heute hier Mario Burkhardt, einen Beta-Tester meines VIP-Affiliate-Clubs, begrüßen zu dürfen und unterhalte mich mit Mario ein wenig über die Erfahrungen, die er bis jetzt mit dem Beta-Test beim VIP-Affiliate-Club gemacht hat. Ich möchte in dem Zuge auch direkt Mario hier vorstellen, beziehungsweise Mario bitten, sich selber einmal vorzustellen. Hallo Mario. Hallo Ralf. Stell dich doch mal den Zuhörern ein bisschen vor, woher kommst du, was machst du, was hast du bis jetzt gemacht? Ja, mein Name ist Mario Burkhardt, ich bin 34 Jahre alt, ich komme aus Kettich, das heißt ganz in deiner Knie. Ich komme aus dem Vertrieb, das heißt also, meine berufliche Laufbahn hat immer mit Verkauf zu tun gehabt. Ich habe mal was Technisches gelernt, aber die letzten Jahre, das mit dem Internet-Marketing und den Blogs und das alles, was wir mal gelernt haben in den ersten sechs Monaten eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Ja. Und es ist also sehr strukturiert gewesen, sodass ich also wirklich von Anfang an die Sache aufarbeiten konnte und lernen konnte. Ich weiß natürlich auch jetzt, was ich da tue, durch die Videos, durch die Lektionen, das heißt, ich weiß, wie ich einen FTP-Server einzurichten hatte, habe ich noch nie vorher getan. Ja. Ich weiß, wie ich einen Blog einrichte, diese ganzen Inhalte und die Feinheiten, die habe ich durch den Club gelernt. Ja. Ich war ja kein Problem. Dann machen wir zum Beispiel Autopilot zurück. Diese Taktik, würdest du auch sagen, die kann jeder blutige Anfänger umsetzen? Mit deinen Videos auf jeden Fall. Gut, die Antwort reicht mir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020